So Leute, heute ist mal der André am Start. Der wird nämlich morgen sein erstes Rennen fahren. Heute haben wir Samstag, wir sind in den Grevenbruch. Und eine Sache, die möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, und zwar wie der André sein Moped hier hingebracht hat. Ja, also ich würde sagen, das sieht ziemlich männlich aus, oder? Und ja, wenn ihr mal was im Garten gemacht haben wollt, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei André melden. Ja, und wir sind jetzt unterwegs zur Anmeldung. Wir haben ja schon mal so ein ähnliches Video gedreht mit dem Noah. Dabei sind uns noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die man noch verbessern kann, damit du auch noch weniger Fehler machst bei deiner Anmeldung, oder am besten gar keine. Und ja, deswegen noch mal ein paar Sachen, auf die du achten solltest. Auf jeden Fall, hab immer genug Geld dabei. Also der André, der hat ja noch keinen eigenen Transponder, der leiht sich jetzt einen Transponder. Dafür solltest du 15 Euro dabei haben. Du solltest darauf achten, dass in deinem Helm auf dem Etikett vorne, auf diesem Schild eine 05 vorne draufsteht. Das wird geprüft. Und ja, du solltest die Startnummern am besten schon vorher vorbereiten, die du hast. Oder das vorher erfragen. Ja, und ansonsten, ja, wir melden uns jetzt erstmal, oder beziehungsweise der André meldet sich erstmal an. Und dann gehen wir nochmal alles Schritt für Schritt durch. So, also der André, der meldet sich jetzt hier einmal an. Der holt sich noch einen Leidtransponder. 30 Euro für die Anmeldung und nochmal 15 Euro für den Transponder. So, also der André ist jetzt angemeldet. 30 Euro für die Anmeldung hat er bezahlt. 15 Euro für den Leidtransponder. Und ja, idealerweise machst du dir vorher schon die Startnummern frei, oder beziehungsweise hast welche dabei. Ansonsten kannst du die natürlich auch einfach bei uns kaufen. Ja, und jetzt heißt es nur noch Moped abladen, Helm schnappen, Moped und ab zur Abnahme. Also Leute, wenn ihr Motocross fahren wollt, kauft euch niemals ein Pick-Up. Pick-Up ist das beschissenste, was ihr euch kaufen könnt. Alles, was ihr hinten drauf habt, wird im Regen nass. Und für jeden Scheiß braucht ihr eine Rampe. Also bloß kein Pick-Up kaufen. Ein bisschen neu. So, der André, der geht jetzt zur Abnahme mit seinem Helm. Diesmal achten wir mal vorher drauf, dass auch wirklich das Etikett da ist. Also hier vorne muss eine 05 dran stehen, das ist wichtig. Und das habe ich dem André aber schon vorher gesagt, es darf keine GoPro-Halterung drauf sein. Also die hier, die muss jetzt abgemacht werden. Das ist nämlich nicht erlaubt. Jetzt ist hier unterm Schirm noch eine, da bin ich mir nicht sicher. Ich denke mal, die darf wahrscheinlich dranbleiben. Aber die oben muss auf jeden Fall ab. Also die auf jeden Fall abmachen vor dem Rennen. So, der André hat jetzt ein Zeittraining hinter sich. Und ja, ich denke mal, der hat schon eine Menge gelernt, oder? Na ja, das Zeittraining war jetzt nicht so gut wie im Training, im Freimtraining. Ja gut, jetzt im Zeittraining habe ich, ich glaube, drei Boden rumgenommen. Aber, ja gut, die Strecke verinnert sich, ne? Ich muss mich klarkommen, irgendwie. Ja. Ja, der André, der wollte eigentlich lieber noch ein bisschen trainieren, aber ich habe ein bisschen Druck gemacht, dass der endlich mal Rennen fährt. Ich bin der Meinung, wenn du schneller Rennen fährst, dann lernst du auch viel schneller. Wenn du jetzt wirklich noch gar nicht gefahren bist, dann, ja klar, solltest du lieber ein paar Lehrgänge machen und ein bisschen trainieren. Aber in so einem Rennen lernst du viel, viel, viel mehr, als wenn du wirklich alleine irgendwo auf der Strecke unterwegs bist. Ja, du stehst halt mehr unter Druck, so ein bisschen. Du guckst dir das ab, was die dann zum machen. Und, ja, es ist ja auch ein ganz anderes Gefühl, ne? Wenn du dann mit 40, 50 Leuten auf der Strecke bist. Also wir laufen jetzt einmal zum Container vorne hier in Griekenbruch und checken, wie gut oder schlecht wir gefahren sind. Eins ist aber schon mal klar, ich bin vor Pasta. Das ist ja das Allerwichtigste. Wenn ihr noch nicht wisst, was da abgeht mit Pasta und mir, schaut mal bei Pasta the Pizzabäcker in seinem YouTube-Kanal vorbei. Wir machen hier mehr so die Erklärvideos und der Pasta, der macht mehr so diese Action-Videos. Und da betteln wir uns immer. Da geht es immer darum, wer als erster ins Ziel kommt von uns beiden. So, also, ich habe mein Ziel schon erreicht für heute. Ich bin erstmal in der Startaufstellung vor Pasta. Jetzt muss ich das Ganze nur noch sicher ins Ziel bringen. Und, ja, der andere hat sein Ziel auch schon erreicht. Er ist nicht letzter geworden in der Startaufstellung. Und wenn der gleich jetzt doch einfach sitzen bleibt auf dem Motorrad, beziehungsweise nicht hinfällt, dann sieht das eigentlich auch da ganz gut aus. Also, meine Empfehlung, fangt einfach mal an. Denn nur so geht es halt irgendwie vorwärts, ne? So, Rennen sind vorbei. Und der andere, man sieht es ihm schon ein bisschen, glaube ich, an. Also, er ist, glaube ich, doch ganz froh über die Entscheidung, doch so schnell das erste Rennen gefahren zu sein, oder? Ja, war ganz... Also, eigentlich wollte ich ja erst gar nicht mitkommen nach Kirchenbruch, aber... Irgendwann muss man den Scheiß auch noch mitmachen oder anfangen. Und, ja, der letzte Lauf war richtig gut bei mir. Mein Ziel war es, nicht letzter zu werden. Das habe ich auch geschafft. Ja, der letzte Lauf nicht einmal hingelegt. Ja, also Erfolgserlebnis war da, ne? Ja, definitiv. Ich meine, klar ist halt Sand, aber gut. Aber war nicht so schlimm, wie du dachtest, ne? Ja, ich war ja schon zweimal zum Training hier. Einmal im Februar, glaube ich, und jetzt vor drei Wochen. Da bin ich nach zwei Runden von Hause gefahren. Was ja auch gut funktioniert hat. Du hast ja eigentlich auch von allen Hilfe und Tipps gekriegt zu jedem möglichen Thema. Ich glaube, wir haben ja erst mal alle dein Bike fertig gemacht. Ja, wir haben gestern Abend noch bis, ich glaube, bis 11.00 Uhr, ne, gar nicht, bis 10.00 Uhr, glaube ich, noch mein Fahrwerk versucht, ihm einzustellen. Ja. Aber gut. Ja. War sehr, sehr gut. Also, wie ich gedacht. Ja, also wenn du auch da Bock drauf hast, dann sag einfach Bescheid. Und dann kannst du auch bei uns mitgelegt werden. Und dann kannst du auch bei uns mitgelegt.